Jawoll, voll dabei. Nur jetzt kein Fehler, nur kein Fehler, jetzt Mario. Komm Mario! Und jetzt beschleunigt er schon. Jawoll, außer und gehen wir. Jawoll, wir haben Gold. Bravo Hansi, das ist einmal Gold für Österreich. Mario, oder, oder Benni Reich. Aber er hat nur vierhundertstel Vorsprung. Der Blitz aus Pinz entscheidet jetzt die Weltmeisterschaft. Doppelsieg für Österreich. Gold für ihn oder für Mario Matt. 08, 23 und 07, 77. Ein bisschen ein Fehler, ein bisschen ein Fehler war noch in der Zwischenzeit. Und war Spielerisch, jetzt hat er es wieder. Jawoll. Ja, er hat ein bisschen verloren jetzt. Das war der Muskel kostet. 25, 27, Mario Matt. 1,24, es wird knapp. Und Matt ist vorne. Matt ist vorne. Der Weltmeister, ich glaube, heißt Mario Matt von Adelberg. Warte, 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 warte. Holt er noch 14 nach unten. Aber das sehen Sie nicht gut. Oh, das wäre knapp, das wäre knapp. Da geht nicht mehr aus. Mario Matt von Adelberg. Mario Matt ist Weltmeister in seiner Heimat geworden, meine Damen und Herren. Ja, der ganze Land läuft so, ich liebe es selber auch gut. Brauer Mann da!